Der Limpopo, Grenzfluss zwischen Südafrika und Zimbabwe. 200 Kilometer Stacheldrahtzaun. Hier hatten wir in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder heimlich gefilmt, hatten tausende Zimbabwe beim illegalen Grenzübertritt beobachtet. Aber auch wie eine Gruppe von ihnen von Jugendbanden überfallen und ausgeplündert wurde, von Zimbabwischen Gaunern, die den Ärmsten der Armen alles wegnehmen. Der Grenzübergang heute. Diesmal haben wir eine Drehgenehmigung. Die Grenze sieht aus wie ein Flüchtlingslager. Es wird geschätzt, dass ein Drittel der Bevölkerung Zimbabwes das Land verlassen hat. Die meisten sind nach Süden gegangen, in ihr gelobtes Land Südafrika. Seitdem die Behörden dort den Visumszwang aufgehoben haben, kommen doppelt so viele Zimbabwe wie früher. Täglich über 7000 Richtung Südafrika. Wir aber machen uns auf den Weg Richtung Zimbabwe. Dort hatten wir im März heimlich diese Aufnahmen gemacht. Erschöpfte Häftlinge, manche ausgemergelt wie im KZ. Angeblich sind die Zustände mittlerweile etwas besser. Wir hatten auch bei den Schreinern der Grenzstadt Batebridge gefilmt, die damals nur Särge machten. Heute fertigen sie wieder Schränke. Und wir hatten Sarah Sibanda besucht, die bereit gewesen war, vor die Kamera zu gehen, obwohl wir uns illegal im Lande befanden. Ihre Mutter war damals schwer krank gewesen. Sarah dachte, sie werde sterben. Jetzt besuchen wir Sarah wieder. Der Familie geht es nur unmerklich besser als ein paar Monate zuvor. Immerhin, Meki in Golube, die Mutter, hat überlebt. Zu essen haben sie aber immer noch nicht viel. Am Tag vor unserem Besuch hatten die Kinder Nüsse gefunden. Seit Jahren geht keines der zwölf Kinder zur Schule. Wir überleben nur, weil wir sammeln, was wir im Busch finden können. Zum Beispiel die Früchte des Affenbrotbaumes. Wir haben unsere gesamte Ernte verloren und haben jetzt gar nichts mehr. Unser Leben ist hart, seitdem meine Tochter nicht mehr regelmäßig nach Südafrika geht. Von dort hat sie immer etwas zurückgebracht. Sie laufen auf dem, was einmal ihr ertragreichstes Feld war. Zimbabwees Landwirtschaft zerstört. Die 87-jährige Meki in Golube und ihre Tochter Sarah waren immer schon das gewesen, was man Subsistenzbauern nennt. Das heißt, alles, was sie anbauen, verbrauchen sie selbst. Sie verkaufen nichts. Dass Zimbabwe seit Februar eine neue Regierung hat, das wissen sie. Wir hatten gedacht, dass die neue Regierung uns helfen würde. Aber bis jetzt ist keine Hilfe gekommen. Meine Kinder brauchen wieder eine funktionierende Schule. So kann eine Ruine auch aussehen. So sehen weite Teile der zimbabwischen Landwirtschaft aus. Ein Land, das früher einmal große Mengen Nahrungsmittel exportierte. Wir machen uns auf, durch dieses Land zu reisen. Vom Grenzübergang Bate Bridge sind wir unterwegs nach Harare, der Hauptstadt. Von dort nordwestlich zu den berühmten Viktoria-Fällen, zurück in die Stadt Bulawayo, von dort südöstlich nach Masvingo und wieder zurück Richtung Südafrika. Vier Stunden Autofahrt nördlich der Grenze liegen die Ruinen von Greater Zimbabwe. Diese Ruinen haben nichts mit der aktuellen Krise des Landes Zimbabwe zu tun. Sie sind fast tausend Jahre alt. Damals hatte ein hier ansässiges Volk Handel mit China und Indien betrieben. Städte mit bis zu 20.000 Einwohnern entstanden, ein sagenumwobenes Königreich. Irgendwann einmal war das Volk aber verschwunden. Auf dem Weg in die Hauptstadt Harare liegt das Dorf Buhera. Von hier stammt einer der mutigsten Männer Zimbabwe, Morgan Changirai, ehemaliger Oppositionsführer, mittlerweile Premierminister in einer Regierung der nationalen Einheit. Trauerfeier für seine Frau Susan und seinen Enkel Jean. Susan Changirai war am 6. März bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der zweijährige Jean war vier Wochen später ertrunken. Die Sitten des Volkes der Schoner verlangen, dass innerhalb von drei Monaten eine Trauerfeier abgehalten wird. Am 11. Februar hatte Präsident Robert Mugabe seinen Erzrivalen Morgan Changirai wiederwillig vereidigt. Jahrelang hatte er ihn erbittert verfolgt. Außenpolitischer Druck ließ beide in ihrem Kampf nachgeben. Die Gerüchte sind bis heute nicht verstummt, dass Susan Changirai doch einen Mordanschlag zum Opfer fiel, der eigentlich ihren Mann gegolten hatte. Offiziell aber ist ihr Tod ein Unfall. Changirais Parteifreund Tendai Biti, heute Finanzminister. Er war im Januar noch von Mugabes Polizei schwer misshandelt worden. Bewegt erinnert er an den Wahlkampf in Zimbabwe 2008. Wir haben letztes Jahr einen harten Wahlkampf machen müssen. Wir hatten nur eine Handvoll Autos. Mugabes Partei hatte Hubschrauber. Überall waren sie. Und wir haben sie trotzdem geschlagen. Morgen Changirai wandelte sich vom Regimekritiker zum Propheten der Hoffnung. Seitdem er Premierminister ist, sagt er nur noch Gutes über Zimbabwes Zukunft. Die Regierung sitzt fest im Sattel. Unter unglaublich schlechten Bedingungen haben wir es geschafft, Schulen wieder zu eröffnen. Wir haben die Inflation von 500 Milliarden Prozent auf nur 3 Prozent gesenkt. Es gibt wieder Waren in den Geschäften. Zugegeben, es herrscht Geldmangel. Aber dieses Problem werden wir in den nächsten 100 Tagen lösen. Darauf schwirrt Changirais Partei die Bewegung für den demokratischen Wandel ihre Anhänger ein. Mit einer Mischung aus Politik und Gesang. Weiter auf dem Weg nach Harare. Weiter zu einem besonders düsteren Kapitel der simbapischen Geschichte und der simbapischen Gegenwart. Die Farm von Ben Freeth, die größte Mango-Farm Zimbabwe ist. Ben Freeth gehört zu den weißen Zimbabwern, die Präsident Mugabe seit neun Jahren mit aller Gewalt von den Farmen vertreiben will. Er bittet uns nur innerhalb seines Hauses zu filmen. Ein paar hundert Meter vor der Farm stehen bewaffnete Männer, die sein Farmgelände besetzt halten. Uns sollen sie nicht sehen, sonst drohe ihm Gewalt. Im April hatten sie selber gefilmt, wie die Männer plötzlich vor dem Gatter auftauchten und ihren Vorarbeiter bedrohten. So hatten fast alle Farmbesetzungen in Zimbabwe angefangen. Der Anführer der Farmbesetzer hielt sich im Hintergrund. Doch dann zeigte auch er seine Wut. Die Männer kamen ans Haustor, drohten damit sie wollten hereinkommen. Die Polizei tauchte gar nicht auf. Ben Freeth war auf seiner Farm eingeschlossen. Schließlich durchpflügten die Besetzer auch noch die Einfahrt. Autos sollten das Gelände nicht verlassen können. Immer wieder kamen die Bewaffneten, hier mit einem Mugabe-Zitat. Das Land ist unser, wir sind souverän. Seitdem ist die Farm besetzt. Sie können ihr Haus verlassen, können einkaufen gehen. Aber die Farm können sie nicht bewirtschaften. Bens Frau Laura erzählt, es gebe sogar einen Gerichtsbeschluss, der die Farmbesetzer zum Abziehen zwingt. Aber die halten sich nicht daran. Das ist unser Haus, nicht das von denen. Ich weigere mich, es ihnen zu geben, nur weil sie es haben.